Oh mein Gott, Freunde, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute wieder mal eine richtig krasse Smob Battle. Ich bin gerade noch gemutet. Wir machen das Ganze wieder gegen meinen Freund Braxy, der ist ja schon am rumspringen. Aber Leute, was Braxy heute nicht weiß ist, dass ich da hinten eine geheime Kiste versteckt habe. Das zeige ich euch gleich noch. Und da können wir richtig krasse Sachen machen. Und zwar, okay, warte mal Leute, ich glaube Braxy, der fliegt gerade rüber auf seine Seite. So wie es aussieht, das ist sehr gut. Dann zeige ich euch die Kiste nämlich direkt mal, Leute. Und zwar, passt auf, habe ich hier in dem Mob Battle eine geheime Kiste vorbereitet. Und ihr seht schon, hier habe ich richtig krasse Sachen. Zum Beispiel einfach mal ein Diamantschwert, was Schärfe 1000 hat. Damit können wir alles one-hitten. Ich habe Unsichtbarkeitstränke, damit ich mich heimlich auf seine Seite rüber schleichen kann und schauen kann, was Braxy spawnt. Und zu guter Letzt, Leute, habe ich hier einmal noch ganz zum Schluss etwas vorbereitet. Und zwar, Leute, machen wir ja heute ein Mutanten-Mob Battle. Und das Ding ist, Leute, ich werde heute einfach am Ende selbst der Mutant sein. Denn, Leute, ich habe hier wieder eine Morph-Mod und schaut mal, ich kann mich einfach in so ein riesiges Cosmic-Monster verwandeln. Ich verwandle mich jetzt mal, Leute. Ihr seht das und... Oh... Ihr seht das schon, Leute. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus von außen. Aber das ist das stärkste Monster in ganz Minecraft. Und damit werden wir Braxy heute richtig krass pragen. Deswegen bleibt bis zum Ende dran. Ich morph mich schnell zurück. Und... Oh... Okay, da bin ich wieder, Freunde. Deswegen, Leute, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Wenn ich Braxy jetzt pranken soll, dann würde ich sagen, mögen wir uns und fangen auch direkt an. So, Braxy, ich bin bereit. Wo bist du? Bist du auch bereit? Ich bin bereit auf meiner Seite. Du weißt ja, heute machen wir ein Mutanten-Mob Battle. Das heißt, wir dürfen heute nur Mutanten spawnen. Du weißt, ja? Ja, ich weiß Bescheid. Okay, dann, ich hoffe, du hast dich gut vorbereitet. Warum machst du das denn jetzt kaputt? Aus Versehen, Mann. Los, geh rüber. Hopp, 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 hopp. Ich gehe auf meine Seite. Du wirst dein blaues Wunder erleben. Du wirst es schon sehen, Braxy. Ich mute mich jetzt und dann spawnen wir unsere Sachen, okay? Let's go. Bis gleich. Wie lange haben wir Zeit? Eine Minute. Eine Minute ab jetzt los. Okay, Leute, ich bin gemutet. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Ich gehe mal in eine geheime Kiste. Und dann nehmen wir uns schon mal so einen Unsichtbarkeitstrank. So, den werfen wir schon mal. Und jetzt bin ich unsichtbar. So, dann fliegen wir mal ganz kurz rüber auf Braxys Seite. Und schauen mal, was er da so treibt. Gucken mal ganz langsam. Und... Was ist von Braxy denn da? Der macht so richtig krasse Würmer. Okay, aber ich glaube, die können ja gar nicht angreifen. Das sind ja Würmer. Aber okay, Leute, wir sollten die nicht unterschätzen. Deswegen würde ich sagen, Leute, wir spawnen direkt auch unsere Mobs. So, wir gucken mal, was wir am besten für Mutanten spawnen. Hm, ich glaube, ich spawne ein Ender-Golem, Leute. So, guckt euch das an. Boah, der sieht krass aus. Wir spawnen dann einfach mal so vier Stück. Denn ein, Leute, kill ich selber. Passt auf. Zack. Jetzt habe ich seine Seele eingesaugt. Bevor wir uns murfen, Leute, schnell Milch trinken. Damit wir hier wieder sichtbar sind. So, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir ins Morph-Menü und morphen uns jetzt selber zu einem Eisengolem. Oder, das ist doch kein Eisengolem. Ich meine natürlich Ender-Golem, Leute. Dann würde ich sagen, ja, muten wir uns. Und dann schauen wir mal, ob Braxy bereit ist. So, ich habe schon eine richtig gute Idee. Und zwar holen wir uns die Knochenschlange. Wir fangen klein an. Wie sieht die überhaupt aus? Wartet mal, wir gucken mal. Oh mein Gott. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir schaffen das. Lumi wird keine Chance haben. Was war denn das? Was hat der Verrückte denn jetzt schon wieder gespawnt? Braxy, bist du bereit? Ich bin bereit. Gut, dann würde ich sagen, mein Team ist ausgewählt. Und dann lasse ich die Wände runter. Mögen die Spiele beginnen. Lass die Spiele beginnen. Angriff. Und die Wände sind unten. Braxy. Let's go. Hä, warum greift meine Spiele nicht an? Du hast Würmer. Die sind doch total langsam, Braxy. Hä? Die sind doch total langsam. What? Deine sind auch langsam. Ja, aber guck mal, einer greift hier gerade schon an. Und der scheint ziemlich stark zu sein, Braxy. Leute, greift an. Hallo. Angreifen. Ja, meine Golems sind zu stark für deine Würmer, Braxy. Oh man, Leute, wenn er nur wüsste, dass ich hier mit geheimen Schwerter cheate. Und guck mal, er versucht meine Golems zu hauen, aber die greifen schon an. Braxy. Aua, ich hab... Oh mein Gott. Ah. Deine Würmer haben keine Chance gegen meine Golems, Braxy. Guck dir das an, wie der angreift. Oh Leute, ich muss fast gar nichts machen mit meinem Schwert. Braxy, meine Golems haben gewonnen. Ich glaube, deine Mutantenwürmer waren nicht so gut wie meine Mutanten-Golems. Nein, nicht schon wieder. Die Runde geht wohl leider an mich, Braxy. Ey, die greifen sich gegenseitig an. Die schlagen sich gegenseitig. Ja, dann lass sie doch, aber die haben trotzdem gewonnen. Ich würde sagen, wir gehen rein in die nächste Runde, Braxy. So Leute, ich bin wieder gemutet. Die erste Runde lief doch wie am Schnürchen. Okay, dann würde ich sagen, Leute, machen wir direkt weiter. Ich nehme nochmal eine Unsichtbarkeits-Potion. Und dann würde ich sagen, fliegen wir nochmal auf seine Seite. Leute, was hat er denn jetzt gespawnt? Na, wa... Was spawnt Braxy denn da? Boah, Leute, da müssen wir jetzt echt irgendwas richtig krasses machen. Hm, ich trinke erstmal meine Milch wieder. Leute, das ist ja ein Mutanten-Mob-Battle. Das heißt, wir dürfen nur Mutanten spawnen. Ich glaube, Leute, mein Kosmik-Riesen-Monster müssen uns noch ein bisschen aufheben. Aber ich glaube, ich habe eine gute Idee. Und zwar spawne ich... Was ist das hier? Ich spawne das mal und... Okay, das ist eine Pflanze, Leute. Eine Pflanze brauchen wir nicht. Wir nehmen das hier mal, Leute. Das sieht gut aus. Und was ist... Boah, das sieht ja richtig krass aus, Leute. Okay, Leute. Ich würde sagen, da nehmen wir auch nur... Da brauchen wir auch gar nicht so viele von. Da spawnen wir mal drei Stück. Ich wähle das Team aus. Und dann würde ich sagen, Leute, ermühten wir uns. Hengegen diese Monster wird ja keine Chance haben, Leute. Braxy, bist du bereit? So, diesmal lasse ich mich nicht veräppeln. Wir nehmen diesmal den Netherite Monster-Re-City-Spawn-Egg. Keine Ahnung, was das ist. Ich kann auch kein Englisch. Aber du kämpfst jetzt für mich. Oh mein Gott. Let's go. Warte, du kämpfst auch für mich. Wir nehmen davon drei Stück. Er hat keine Chance. Oh mein Gott. Was ist denn das? Alter. Ich bin bereit. Dann würde ich sagen. Mögen die Spiele beginnen. Yeah. Was ist das denn? Guck, was ich gespawnt habe. Und meine Monster greifen gar nicht an. Weil die Angst haben. Aber die sind versteinert. Oh nein. Deine Riesen-Lava-Monster. Die machen meine komplette Seite kaputt, Braxy. Und meine Monster kämpfen gar nicht. Oh Leute, wir müssen irgendwie improvisieren. Was mache ich nur jetzt? Wir dürfen das nicht verlieren. Leute, wir machen Plan B. Ich spawn jetzt einfach schnell heimlich. Eine Krähe. Passt auf. Zack. So. Jetzt verwandeln wir uns in die Krähe. Passt auf, Leute. Und ihr darf das nicht sehen. Wir gewinnen, Lumi. Ja. Oh Mann, Braxy. Oh Mann. Meine Monster. Oh, jetzt kämpfen meine Monster auch. Aber ich glaube, meine Monster sind stärker als deine. Nein, niemals. Diese Runde wird an mich gehen. Guck dir das an. Boah. Leute, ich kille alle mit meinem Wolle in Schwert. Guckt euch das an. Hä? Was passiert da gerade? Krasser Kampf. Schau mal oben. Deine Monster verlieren ganz schön viel an Leben, Braxy. Aber wie kann das denn sein? Gar nicht hinhauen. Boah. Hä? Nein. Meine Monster sind stärker als deine. Nein, ich bin stärker. Leute, schnell. Weiterschlag mit unserem Schwert. Weiter und weiter schlagen. Zack, nimm das. Hä? Der nächste ist tot. Ja. Nein, du darfst nicht sterben. Komm schon. Hey, Bro, wie machst du das, Mann? Meine Monster sind stärker als deine. Kann doch nicht sein. Alter. Komm schon, Leute. Wir haben es gleich. Ja, und der nächste. Nein. Ha. Braxy. Hm? Ha. Oh, ich dachte, diese Runde wäre nicht safe, Mann. Gegen meinem Monster hast du keine Chance. So wie es aussieht, Braxy. Sie haben meine eiserne Ritter gewonnen. Ui, ui, ui. Aber ich... Da muss ich aber jetzt schon... Jetzt... Guck mal, jetzt wirst du sehen. Jetzt wirst du sehen. Du denkst, du gewinnst gegen mich. Ich muss erst einmal eine komplette Seite reparieren. Du hast alles kaputt gemacht. Hm. Das war eigentlich nicht. Das waren meine Monster, die für mich gekämpft haben. Hm. Okay. Ja, es steht aktuell 2 zu 0 für mich, Braxy. Ich würde sagen, wir gehen rein in die nächste Runde. Okay, Leute. Ich bin wieder gemutet. Die Runde haben wir auch richtig gut gemeistert. Braxy hatte gar keine Chance. Denn ich bin mit dieser Kree rumgeflogen und habe alle mit meinem One-Hit-Schwert gekillt, Leute. Aber okay. Da das ein Mutanten-Mob-Battle ist, müssen wir jetzt richtig krasse Mutanten spawnen, Leute. Ich würde sagen, wir nehmen wieder unsere Unsichtbarkeits-Potion, Leute. Und dann fliegen wir mal heimlich rüber auf die Seite von Braxy und mal schauen. Was macht er denn da? Der spawnt richtig viele von diesen kleinen... Leute, soll ich ihn ein bisschen ärgern? Ich prank ihn ja heute. Komm, ich töte einfach mal ab und zu ein paar. Ich bin ja unsichtbar, Leute. So. Oh, komm, wir kehren einfach ein paar, Leute. Ich hoffe, er hat das nicht gesehen, Leute. Okay, wir kehren noch ein paar. Komm, er darf nicht hingucken. Und zack. Okay, Leute. Komm schon, wir kehren noch ein paar. Und zack, 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 zack. Oh. Okay. Okay, noch ein paar. Oh, was hat er da? Die sind viel zu stark, Leute. Okay, wir gehen wieder auf meine Seite. Oh, was soll ich jetzt machen? Deine Mondes sehen richtig, richtig stark aus, Leute. Ich glaube, da hilft nur eins, Leute. Okay, es geht weiter. Okay, Freunde. Das war schon sehr, sehr stark. Deswegen nehme ich den hier. Nameless SoCocroSpawn, ey. Keine Ahnung, was der machen kann. Aber wir gucken uns das Ganze mal an. Wir haben hier... Nee, voll langweilig. Okay, wir setzen ein paar von denen hier. So, eine komplette Reihe. Eine komplette Reihe machen wir von denen. Oh mein Gott, er wird keine Chance haben. Hallo. Beruhigt euch. Beruhigt euch. So, und jetzt auf der anderen Seite. Yo. Was ist das? Alter, deine greifen schon an. Okay, wir müssen schwer... Okay, okay, wir machen jetzt. Wir machen jetzt das hier. Wir machen, deine greifen schon an. Alter. Boomi. Oder waren das meine? Das waren meine. Ach so. Oh mein Gott, er hat keine Chance. Er hat keine Chance. Das waren ja meine, die sich gegenseitig angegriffen haben. Ich glaube, es ist an der Zeit für das Mutantwitter-Skelett, Leute. Wow. Wow. Wir spawnen auch eine komplette Armee, weil er hat ja auch richtig viele. So, eins kill ich wieder, Leute. Passt auf. Und die kommen schon rüber. Oh nein. Leute, schnell, wir müssen uns beeilen. So, wir morphen uns jetzt zu einem Mutantwitter-Skelett. Team auswählen. Und dann muten wir uns. Frexy, deine Monster, komm schon rüber. Ich greife jetzt an. Greif an. Du hast keine Chance, diese Runde. Guck dir das an. Wenn Frexy noch bist, ist der Leute. Er denkt, ich habe keine Chance, aber ich habe einen Runditschwert. Junge, guck mal, was meine alles mit deinen machen. Guck mal, tot. Eine komplette Armee gespawnt. Das ist ja richtig unfair. Frexy. Haha, diese Runde gehört mir. Ja, aber glaub mir, du unterschätzt meine Witter-Skelette. Glaub mir, dass es ein Mutanten ist. Guck mal, wie meine angreifen. Die haben einen Zauberspruch. Die kommen von unten nach oben. Guck dir das an. Das ist ein Mutanten-Mob-Battle. Es lebt nur noch einer von dir. Ja, aber wieso greifen die den nicht an? Es ist ein Mutanten-Mob-Battle und das Mutanten-Mob-Battle ist auf Mutanten spezialisiert. Schau mal, deine kleinen Monster können nichts anrichten gegen meine Monster-Mutanten. Aber wieso greifen die denn jetzt den letzten nicht an? Die haben anscheinend Angst vor ihm. Ich weiß auch nicht. Schau mal. Greif den an. Der überrennt dir einfach. Schau mal. Nein, 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 nein. Angriff. Du schaffst das. Leute, wieso hören die denn auf? Ich glaube, die sind einfach nur müde gerade. Ja, die haben sich, glaube ich, zu sehr. Die haben sich, glaube ich, von überall strengt. Du kannst gegen meinen Mutanten-Mob-Battle-Skelett nichts machen, Braxy. Oh Mann, die haben jetzt einfach aufgehört. Ja, Leute, wir haben es gleich. Komm schon. Wir kehren seine komplette Armee. Komm, zack, 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 zack. Ja. Ich glaube, jetzt greifen die wieder an. Ja, die greifen an. Let's go. Die haben sich nur ausgeruht. Oh. Oh. Angriff. Komm schon. Wir schaffen das, Leute. Nein, 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 nein. Wir haben es gleich. Ja. Witter-Skelett, du schaffst das. Nur noch einer ist übrig. Komm hierher. Ja. Oh. Nicht schon wieder. Wie kann denn einer alle besiegen? Ich glaube, mein Mutant wird das Skelett und deine komplette Armee beziehen, Braxy. Das ist doch ein Mutanten-Mob-Battle. Du sollst Mutanten spawnen und keine kleine Armee, Braxy. Hä? Das war eine coole Mutanten-Armee. Ja, wie du meinst. Mein Skelett hat gewonnen. Okay, dann. Geh wieder auf deine Seite, denn es geht jetzt rein in die nächste Runde. So, die werden jetzt wieder oben, Leute. Ich bin gemutet. Boah, das hat ja richtig gut funktioniert. Boah, wir moven uns direkt zurück, Leute. Möge die Transformation beginnen. Und da bin ich wieder. Boah, Leute. Das haben wir einfach richtig einfach gewonnen. Ich bin schon gespannt, wenn ich dann gleich meinen Cosmic-Monster spawnen darf, Leute. Boah, okay. Ich würde sagen, Leute, nochmal die Unsichtbarkeits-Potion. Dann schauen wir doch glatt nochmal, was der liebe Braxy so spawnt. Und er spawnt. Er spawnt so kleine Mutanten-Golems oder so. Boah, Leute. Was hat er nur vor? Er denkt wirklich, er kann gewinnen mit seinen kleinen Monstern. Er hat noch nicht. Aber, oh nein. Er hat ein... Das ist, glaube ich, ein Boss, den er gerade gespawnt hat, Leute. Oh, oh. Oh, Leute. Der spawnt so richtig krasse... Oh, oh. Der spawnt so Mutanten-Ritter. Das ist gar nicht gut, Leute. Okay, okay. Wir müssen uns jetzt beeilen. Ich trinke schnell meine Milch, Leute. So. Und dann müssen wir jetzt schnell richtig krasse Monster spawnen. Müsste doch irgendwas, Leute. Ich glaube, wir spawnen jetzt... Oh. Leute. Das ist ein Mutanten-Battle. Deswegen spawnen wir jetzt Gorillas. Die Gorillas sehen zwar harmlos aus. Aber glaubt mir. Die haben es in sich, Leute. Wir spawnen auch richtig viele von den Gorillas. So. Einmal auswählen. Dann töte ich einen wieder, Leute. Dann verwandeln wir uns wieder selber in einen Gorilla. Und die greifen schon wieder an. Leute, wir muten uns. Es geht los. Okay. Er will Mutanten. Er kriegt Mutanten. So. Er kriegt Mutanten. Das sind Mutanten. Wie ist das? Kannst du hier? Ey. Redest du gerade mit mir? Okay, okay, okay. Pass auf. Wir brauchen was viel Cooleres. Ines, du rettest das jetzt. Wir sind ein Team. Zwei. Drei. Vier. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. So. Jetzt. Let's go. Er wird keine Chance haben. Ich sag's, wie es ist. Diese Runde gehört mir. Ignis wird die Runde nach Hause holen. Praxie, bist du bereit? Alter, jetzt hast du 100% keine Chance. Oh mein Gott. Was hast du denn gespawnt? Ich hab doch nur Gorillas. Die können gar nichts machen gegen deine Riesenmonster. Praxie. Nur? Äh? Einer ist schon tot. Kann das denn so schnell passieren? No. Meine Gorillas sind stärker als deine Riesenmonster. Nein, nein, nein. Guck mal, wie das... Ey. Praxie, ich glaub, all deine Monster sind tot. Und es haben sogar noch Gorillas überlebt. Aber du hast ja noch mehr Monster. Ich hab noch ein paar. Meine Gorillas gehen aber auf Angriff, Praxie. Aber wieso greifen... Hä, ich versteh das nicht. Leute, die hat keine Chance gegen mich. Deine kleinen Mini-Mutantenmonster haben keine... Du sponst also nochmal heimlich neue Monster. So also. Aber du hast trotzdem keine Chance. Ey, das stimmt doch was nicht. Wie können deine Gorillas denn mit einem Schlag meine Monster zerstören? Mit einem einzigen Schlag. Das stimmt... Hier stimmt was nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich guck mir mal jetzt alle Gorillas an. Äh. Drei haben noch überlebt. So. Drei haben überlebt. Okay. Aber die laufen doch ganz normal, Praxie. Was... Guck mal. Was willst du denn? Das ist doch alles wie immer. Ganz normale Gorillas. Ich weiß nicht, ich darf... Die haben deine Monster besiegen. Also mit einem Schlag besiegen die meine Monster. Hm. Hm. Sehr, sehr komisch. Schnell unsichtbar machen, Leute. Und weg. Oh. Was ist das hier drüben? Oh, schnell zurück. Leute. Schnell, 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 schnell. Oh, ihr darf das nicht sehen. Hm. Okay, okay, okay. Leute, ich komm schon... Ich weiß nicht. Milch trinken? Hm. Okay, keine Ahnung. Ja. Praxie, guck mal. Dann würde ich sagen, ich bin hier. Och, das steht aktuell nicht gut für dich. Lass die Seiten tauschen. Das liegt an der Seite. Hier. Nimm meinen Stab und gib mir deinen. Okay, wie du meinst. Du hast was mit deiner Seite gemacht. Wie du meinst, Praxie. Die Wände gehen wieder nach oben. Die nächste Runde beginnt. Ich kenne jetzt deinen Trick. Leute, ich bin gemutet. Er denkt wirklich, es liegt an der Seite. Oh Mann, wenn der arme Praxie noch wüsste, dass ich ihn komplett pranke, Leute. Natürlich machen wir uns direkt wieder unsichtbar. Und schau mal auf Praxies Seite, was er da so macht. Und was spawnt er denn da? Das ist ein Mutanten-Battle und er spawnt einfach kleine Mini-Spinnen. Leute, wisst ihr, was wir machen? Wir werden Praxie ein bisschen pranken. Er hat seine Monster wieder heimlich kehren. Passt auf. Zack. Nein, Leute, noch besser. Ich werde mich jetzt gleich in ein von Praxies Monster verwandeln. Und dann seine eigene Armee von innen heraus zerstören, Leute. Okay, das ist eine richtig gute Idee. Pass auf, Leute. Ich spawne jetzt hier einfach nur einen einzigen Mutant. Und, äh, keine Ahnung, ich spawne einfach... Wir spawnen einfach ein... Wir spawnen einfach einen einzigen Mutanten-Zombie, Leute. So, den wählen wir aus. Zack. Und dann gehen wir rüber auf Praxies Seite. Und dann verwandeln wir uns einfach in einen seinen Geistern. Und zack. So, Leute. Wir sind ja unsichtbar. So, jetzt verwandeln wir uns in eine Laterne. Schwupps. Jetzt trinken wir noch die Milch. Zack. Und jetzt sind wir ein von seinen Monstern, Leute. Und er wird das gar nicht bemerken. So, Ender Guardian. Ender Pareta. Den spawnen wir jetzt. Keine Ahnung, was der machen kann. Junge, was soll ich damit machen? Ich hole jetzt... Ich hole jetzt richtig was Schlimmes. Ich hole jetzt was Schlimmes. So, was ist das? Du. Sag mal, was du... Was bist du für einer, Mann? Okay, passt auf. Ich hole einen Mutanten. Was ist das hier? Ja. Ja. Ihr seht böse aus. Reift ihn an. Ender Golem. Ja. Sehr schön. Jetzt hat er keine Chance. Diesmal lasse ich ihn nicht davon kommen. Wir sind ein Team. Das Team, kämpf nicht gegeneinander. Ähm, Prexy, ich bin bereit. Bist du auch bereit? Ich bin auch bereit. Diesmal hast du 100% keine Chance. Wie du meinst? Dein Team ist hoffentlich ausgewählt, Prexy. Ausgewählt und bereit für den Kampf. Dann würde ich sagen, mögen die Spiele beginnen. Los, greift an Mutanten. Die Wand ist unten. Hä? Angriff. Ich habe nur einen einzigen Mutant. Der kann ja gar nichts machen, Prexy. Oh, Mann. Ich wusste doch, dass die Runde mir gehört. Oh, Mann, Prexy. Sieht an der Seite. Oh, Leute. Sie gucken. Ich greife alle seine Monster an. Äh, Prexy, guck mal. Es sind schon richtig viele von dir gestorben. Was ist denn da los, Prexy? Hä, deiner liegt ja auch auf dem Boden. Ja, aber bei dir leben aber auch nicht mehr viele, Prexy. Komm schon. Ja, sehr schön. Er denkt, er gewinnt das, Leute. Aber schau mal, ich gehe alle seine Monster. Komm schon, Leute. Geht weg, ihr kleinen Spinn. Ja, sehr schön. Spinn greift an. Oh, nein. Mein Mutanten-Zombie hat keine Chance, Prexy. Hä? Nein. Er ist hoch. Es lebt nur noch zwei Käfer und eine von... Was ist das für eine komische Laterne, die du da gespawnt hast, Prexy? Die greift doch auch an. Guck. Ja. Oh, wie wisst ihr? Jetzt wird mir angreifen, Leute. Ja. Ja, Laterne, greif an. Oh. Oh. Okay. Du hast gewonnen. Oh, Prexy. Nein. Schau mal. Eine Laterne hat überlebt, Prexy. Ja. Nein. Habe ich gewonnen? Ich habe verloren. Ich habe gewonnen. Oh, Mann. Prexy. Ich wusste doch, das liegt an der Seite. Haha. Leute. Wenn ihr nur wüsstet. Aber wir müssen ihnen auch mal eine Chance geben. Das ist einfach viel zu auffällig. Oh, Mann, Prexy. Okay. Die Runde hast du gewonnen. Vielleicht lag es wirklich an der Seite. Aber okay. Ich mache jetzt die Wände wieder hoch. Und dann gehen wir rein in die nächste Runde. Und dann wirst du schon ein blaues Wunder erleben. Fahr sie hoch. Ich fahre die Wände wieder hoch. So. Okay, Leute. Ich bin gemutet. Wir morphen uns wieder zurück. Achtung. Und zack. Da bin ich wieder. Schwuppdi wupp. Ihr hattet es gar nicht bemerkt, Leute. Aber wir mussten Prexy auch mal eine Chance geben. So. Dann würde ich sagen, Prexy spawnt schon wieder diese komischen Mutanten Nether-White-Monster. Und was macht Prexy denn da schon wieder? Oh, Mann, Leute. Egal. Ich glaube, es ist langsam an der Zeit, unser besonderes Monster kämpfen zu lassen, Leute. Hm. Aber ich glaube, wir heben uns noch ein bisschen auf, Leute. Ich glaube, wir müssen jetzt noch einmal was richtig Krasses spawnen. Was ist denn das, Leute? Das sieht... Was ist das denn? Wir haben das noch. Und was ist das hier für ein Mod... Das nehmen wir. Das sieht krass aus. Das sind krasse Mutanten, Leute. Das waren auch wieder richtig viele. Einen kill ich wieder. Denn in einen werde ich mich verwandeln, Leute. Ihr wisst, wie der Hase läuft. So. Komm schon. Möge die Transformation beginnen. Team auswählen. Und dann schnell entmuten. Prexy, bist du bereit? Ich bin bereit für den ultimativen Kampf. Was hast du denn alles gespawnt, Prexy? Gar nicht mal so viel. Du hast schon wieder diese komischen Riesenmonster gespawnt. Oh, Mann. Nein, 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 nein. Diesmal gehört die Runde mir. Wie du meinst? Ob du willst oder nicht. Aber ich glaube, diesmal... Es sieht aktuell sehr gut für mich aus, Prexy. Nein. So sterben die. Äh, Prexy, deine Monster sterben aber schon wieder alle. So ist es nicht fest. Irgendwas stimmt? Nein. Ich frage mich halt, warum die... Ich habe gewonnen schon wieder. Warum hat er ein Diamantenschwert gehabt? Hä? Was meinst du? Was für ein Diamantenschwert? Der hat doch gar nichts. Schau mal. Da ist noch einer von dir. Du hast doch nicht ganz verloren, Prexy. Aber schau mal. Der geht auf Angriff und der war tot. Hä? Das kann doch nicht sein. Man, ich habe keine Lust mehr mit dir zu spielen, Alter. Hier, nimm deine blöden Eier selber und such dir jemand anderen aus zum Spielen. Das kann doch nicht sein, dass ich permanent verliere. Ich bin nicht mehr dein Freund. Tschüss. Prexy. Nein, du kann... Oh, Mann, Leute. Und ich will nie wieder mit dir spielen. Oh, Mann. Leute. Ich wollte doch noch mein riesengroßes... Ich wollte doch noch mein riesengroßes Cosmic Monster spawnen, Leute. Das konnte ich Prexy jetzt gar nicht zeigen. Oh, Mann. Das müssen wir, glaube ich, in der nächsten Folge machen. Wenn nicht das Video trotzdem gefallen hat, Leute. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Dann würde ich sagen... Aaaaaah! Prexy? Was machst du denn jetzt hier? Ich wollte gerade den Leuten Tschüss sagen. Wo kommst du denn her? Ich wollte zurückteleopardieren. Tschüss, ich will nicht mal mit dir befreundet sein. Aber, aber... Aaaaaah! Leute, das Video ist zu Ende. Wir sehen uns bald wieder. Haut rein. Ciao, ciao.